Jetzt werden sie sich wohl auf den Weg machen. Gezeichnete Wassertropfen. Um, are you guys all set up to leave? No. So let's we have to leave again. I think... I'm kind of scared. Oh, honey. How far is the border? Not that far. Maybe a five or six hours drive. It won't be easy crossing that border. So I'm gonna give you a head start on the police. Wait, how? What's your plan? The cops are after me too for what happened in Nevada. So they can catch me instead of you. Fair trade. Mom, you'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. Thank you. So much, Karen. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. I felt it was the right thing to do. And I feel the same today. I tried to live by my own rules. No matter what. I don't expect you boys to be like me. But try to stay true to yourselves. This is your life. Don't let anybody get in the way. I don't know. Dad didn't race us this way. He was a rebel, but he wasn't a criminal. He didn't teach us to say fuck it. Esteban had a lot more faith in the system than me. I had to do shit my own way. Look. I only want you and Daniel to get what you deserve. Okay. This is the last roundup. Wait. Let me say bye to Joanne. All right. I'm gonna go do one last checkup on the truck before you hit it. And don't forget what we talked about. It's your life, Sean. You should go see David. He has something for you. Okay. Oh, man. Okay. Nochmal gucken, was wir hier noch angucken können. Oh, 147 Dollar haben wir immerhin. It's marked that everybody takes turns shopping. I have to get one of these for Porto Lobos. Daniel's a total addict now. Fotobild, altes Geschenk hatten wir schon. Kiste. Is that the same person who wrote her back in Beaver Creek? Look at that. They won't ever leave us alone. FBI and Nevada police are searching for a woman and her two teenage sons after a suspicious fire destroyed a church in Haven Point, Nevada. Hey, Mom. I know you're better with words than me, but still, here it goes. It took me some time, but I think I get why you are who you are. Maybe we're not that different. I don't know. I'm sorry for getting you into trouble. You've done your best for us. And don't deserve what's coming. We'll make up for it. One day. Once the dust has settled. Take care. And talk soon. Sean. Wie du gesehen hast, ähm, wie ich ihr gesehen habt, so, wir haben das gerade geschrieben. Da gab es jetzt viele Sachen, die wir hätten anders machen können und die halt auch was bestimmtes hätten, also vielleicht sagen können, dass es keine Ahnung, ob sie halt den Brief halt nicht weiter verfolgt hätten oder so, wenn ich jetzt halt Karen und ich Mom geschrieben habe. Okay, aber es kann halt auch sein, dass halt, äh, ähm, sie will Brief hier, äh. Das andere wollte ich halt nicht schreiben beim letzten, weil, äh, vielleicht hätte sie es sonst dann doch nicht gemacht. Hey, Sean. Hey, Karen hat gesagt, du wolltest mich sehen. Ja, aber geh das Polizontgänger in den Kopf first. Ich muss diese neuen Pläne auf dem Auto legen. Klar, komm. Ich werde dich mit, wenn ich fertig bin. Ja, gute David. Wir dürfen in Davids Auto legen. Ist das geil. Ist das schön. Arthur hat gesagt, David könnte alles fixieren. Er hofft. Nett. Polar Reiz. Oh, die Polar Reiz wird... Oder Konservantosen. Ja, David ist bereit für das Apocalypse. Oder was auch. Der gute alte Prepper. Cool Porträts. Hm. Ich dachte nicht, David hätte einen Garten für die Kunst. Hm. Hm. Sieht cool. Ich weiß nicht, welcher ist seine Daughter. Die linke. Das kann ich auch so sagen. Cool. Ja, das hier ist wesentlich mehr wohnwagig als bei Karen. Oh Mann, seid ihr so gemein. Seine Frau hat da gearbeitet, weißt du. Scheiße. Ich sehe, warum David hier rausgegangen ist. Aber er war trotzdem ein Hörer. Ich muss das leider, sonst kann ich das nicht. Das ist, also, das da oben kann ich als gar nicht lesen. Sehr geehrter Herr Mr. Metzen. Ich mag das, ich wäre das auf Englisch. Äh, sorry, this is so late, but I just... Ne, but I put the... Nein, okay, geht so nicht. Sehr geehrter Herr Metzen. Ähm, es tut mir leid, dass dies so spät kommt, aber ich hatte die falsche Postfachadresse auf dem Umschlag und der Brief kam zurück. Hoffentlich findet dieser Brief sie. Ich bin froh, dass sie Arcadia Bay verlassen haben oder was davon übrig ist. Ich bin jetzt in Therapie, was hilft, aber, äh, habe aber immer noch Albträume. Ich hoffe, dass Max und Chloe ihnen Gesellschaft leisten. Die beiden sind ein gutes Team. Ich bin immer noch in Seattle und kümmere mich um die Galerie meiner Eltern. Ihre Partnerin Jessica ist großartig. Sie hat alles im Griff. Das Testament ist chaotisch, aber mir wird es gut gehen. Es ist schwer, darüber hinwegzukommen, dass Mark Jefferson in gewisser Weise mein Leben... Äh, was? Es ist schwer, darüber hinwegzukommen, dass ich Mark Jefferson in gewisser Weise mein Leben verdanke, weil er mich in seinen verfluchten Bunker warf. Ich habe ständig sein gruseliges Gesicht vor Augen. Doch dann sehe ich sie, wie sie mich retten. Ich werde mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens bei ihnen bedanken. Bitte bleiben Sie in Verbindung. In Klammern, ich werde noch eine Weile unter dieser Adresse leben. Und lassen Sie mich wissen, falls ich Ihnen bei irgendwas helfen kann. Alles Gute, Victoria Chase Must be his wife. Time's taking a serious toll on him since this. Poor guy. As if money could make up for everything he's lost. Dear Mr. Metzen, Enclosed is your most recent deposit statement from the city of Acadia Bay as per your negotiated settlement for damages. Please ensure the amount is accurate and that your bank has processed the latest deposit. If you may have questions, please contact us Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Is jinxbom's time. Best Darren Barr agent, Glen Rose Insurance, Portland, Oregon. Okay. Wonder where David got this police scanner. Ah, so was einfach hat. Okay. How does this thing work? Uh, okay. Only got a search between 140 and 160. This place has too many adults. But I'm gonna miss it. And he's like, yeah. One, two, three. 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 Best thing. Alex. Jonas. Hey, Alex. Guys, do you copy? Copy. Please. 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 Ich hoffe, ihr habt einen schönen Morgen auf String Chord. Das klingt schön. Naja, die Qualität ist ein bisschen kacke. So viel zu String Quartet, ne? Ich glaube, ihr habt einen schönen Morgen. Ich hoffe, 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 ihr habt einen schönen Morgen in diesem Faschismus gebeten. Just like your humble host, dieser Planet ist ein Gift von Gott. Und wir können alles, was wir wollen. Danke für die Anrufe, Scott. Tschüss. Wir werden zurück zum Truss-Limbo-Show. Nee, danke. Ja, das müssen wir uns, glaube ich, wirklich nicht anhören, diesen Sender. Komm, jetzt was Gutes. Das ist doch mal was hier. Ich denke, das ist eine coole Mucke. Wenn wir in der Methode gehen, dann werden wir nicht mehr mit dem Schaden. Ah, das weiß ich nicht. Im Land gibt es bestimmt ein Drogen-Kartell. 136, äh, hört. Wir haben Zahlen von, äh, 1010, bei... Wait. Ist das alles? Sam's? Ah, verdammt. Na gut. Ich glaube, es ist Zeit. Karte? Ja. Ich habe die ganze Zeit. Und ich habe die Schaden, die Schaden? Ja. Wie geht's das? Ja. Na gut. Du will immer wissen, was es sein wird. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, ob er das für die Zündrichtung gefunden hat. Wenn du da bist, cross between these two stations. Jetzt, du musst die Hauptbahnbahn wegziehen und durch das Desert für ein bisschen. Aber Karrens Auto sollte okay sein. Hast du das alles? Das macht mich ein wenig nervös. Ich will nicht sagen, dass ich dich herumschraubt. Schmerzen Sie sterben. Und ja, ich war überraschend, als Karren mit dir kam. Aber nachdem du und dein kleiner Bruder für ein paar Mal, ich glaube, ich verstehe, was du überraschst. Wenn unsere Stadt verletzt wurde, durch die ... ...hurricane ... Meine Beinigin und seine Freundin waren von den einzigen Überlebten. Wir verloren ... ... alle anderen. Geez. Ich bin sorry. Ich habe sie verletzt, um zu gehen. Er hat einen Joyster zu, glaube ich. Das war die Haus hinter Stanley und Arthurs. Er hat auch seine Eltern verloren, so ich war wirklich schlecht. Wir wurden Freunde. Und er hat mir erzählt, wie ich hier anfangen kann, hier zu beginnen. Er war richtig. Ich weiß, dass weitergehen, ist ein schweres Prozess. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber die Wahrheit ist auf deinem Seite. Du und Daniel können nicht einfach rauskriegen. Ist das so, wie du dich selbst in zehn Jahren sehen kannst? Wenn du aufstehen und die Wahrheit bekommst, kannst du frei sein. Wir wissen ja, was er will. Wir sind jetzt zu weit gekommen. Wir wollen nur ein neues Leben. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich... ... zu jung, ... zu... ... mit... ... all das. Und... ... Daniel ist, ... zu schnell. Zu schnell. ... ... ... ... ... ... ... Ich bin mir überrascht. Du hast es hier gemacht. Also, ich weiß, dass du auf der richtige Weg bist. Oh, sorry, ich muss das wirklich nehmen. Hey, liebige. Was ist denn? Okay, um, ja. Oh, shit. Ich sagte, die Neu-Yorker waren assholes. Ja, ich weiß. Wie ist die andere Galerie, die sie sagte mir über. Cool. Fingers crossed, dann. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn du in Louisiana gehst oder Texas gehst. Das wäre cool. Ja, ich habe es. Alles klar, dann. Ich wünsche dir Max Glück für mich, okay? Okay. Bye, bye. Love ya. Okay. Mann, ey, ich will nicht. Hi, Sean. Hey, Leute. Ich kam bei, zu sagen, adios. Wir gehen heute. Nein, du nicht. Wir gehen. Alles okay? Ja, nur... Zeit zu gehen. Oh, shit. Wish du und Daniel could stay länger. Ja, aber es ist zu risk. Especially für alle. Wir haben alle ein Risiko zu gehen hier. Look, wir können Sie von den Kopen. Nein, das ist nicht. Das ist nicht. Sie wollen meine Arsch. Es ist besser, wenn wir jetzt verlassen. Sean. Ich werde das nicht auf den Kopen. Ich werde das nicht auf den Kopen. Du und Daniel wird wieder zurück. Ja? Wir versuchen. Ich bin froh, dass dieses Ort ist unsere letzte Geschichte. Du und dein Junge bist immer wieder haben. Du und dein Junge bist immer haben hier. Und ein Haus. Okay. Ich bin fertig. Ich liebe nur noch die Vorliefer. Ich weiß, dass ihr beide ein tolles Leben in Mexiko habt. Du besser. Ja, wir... Wir werden es funktionieren. Shit. Ich werde euch alle missen. Aufmerksamkeit. Du hörst? Schau für Daniel. Er braucht dich. Sei sicher. Und sende uns eine Postkarte auf die Straße. Verdammt. Ich kann nicht... Ich kann meine Kopfschmerzen um die beiden wegwerfen. Es sieht aus, dass wir alles haben. Es ist Zeit für die Straße. Komm schon. Die erste Sache, die zu dir kommt. Hey. 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 What's going on? I'm taking a look at this baby with hindsight. So, what do you think? Looks very cool. I can totally tell what you're doing. Oh, good. That makes one of us. But I like it. Of course, you, Daniel, you did inspire me. I love it. So, you guys leaving now? Yeah. Just wanted to say goodbye. Ah, that's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. This is for all your help. Really? Whoa. That's great. Uh, do I get anything? Oh, your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Eh, your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Hm. Wicked. Okay. One big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey. Is it okay if I hang out a bit, London? If it's okay with her. Are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't be a stranger. I'll miss you so much, Joanne. Fine, sweetie. You'll be fine in Mexico. There you go. Don't worry. Hey. Oh. Need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters. Do you think your truck will make it all the way to the border? Oh, it will. It's never failed me before. How long have you been driving for? Not long enough. Dad taught me, but... I always had other plans. We didn't go cruising too much. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Wish I had more time. Listen. Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. Did you guys ever go to Mexico together? We talked about going. But never did. He said growing up there was hard. But he loved it. I don't know anything about Mexico. Yeah, I'm sorry that this is not so hard. It's scary. You're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. I'm just tired of running. Of causing trouble everywhere we go. Daniels power is overwhelming. And we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. I'm scared shitless. I don't... I'm not even sure I can do this. Or if... If we can start a new life. But I'm the only one that can take him to safety. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equals. And you guys are gonna have to work together. He may even help you make it. Maybe you're right. You'll figure it out. Like you always do. Okay. Better get back to my tune-up. Alright. I'll make one last round before leaving. Daniel, do you copy? It's time to wrap it up. Be right there. Over. So... Did you get to say goodbye to a way? Yeah. Kinda sad. I know. Are we leaving yet? We have to and I know... Come here. Mom... I... I'm gonna miss you. I'll miss you too, Dani. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both. And what you're gonna do with your life. And if you ever need me... I'm just around the corner. Okay, Mom. Thank you. Well... Sean... This is it. Thanks, Mom. For being there. Thanks for letting me, son. Let's hit the road. Take care, boys. Stay safe. This hurts. Bye, everybody! Bye, everybody! Bye, everybody! Bye, everybody! Bye, everybody! Bye, everyone! Bye, everybody! Bye,man. Bye, everybody. Bye, may we be having a new house now? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020